Herzlich Willkommen auf meinem YouTube-Kanal und ebenfalls herzlich Willkommen zu Vlog Nummer 1. Wir sind heute mit Trader auf dem schlichten Fest Open-Air eingeladen und ich dachte ich nehme euch einfach mal mit und zeige euch schon ein paar Impressionen wie das so abläuft bei so einem Gig. Das erste Mal das Auto ist gepackt. Merchandise, jede Menge Kisten, Gitarre ist am Start. Hinten ist mein Rack. Rucksack ich auch irgendwo. Also Auto ist voll. Jo, dann bis später. Servus. Frage, wo geht es denn für Bands zum Parke hin? Bitte? Wo geht es denn für Bands zum Parke hin? Jetzt fragst du mich was, ich bin ja gar nicht von der Community, ich bin auch bloß Gast. Zum Tagesgast oder wie? Ne, als Band müssen wir eine Band oder ich bin einer der Band. Geht es da runter wahrscheinlich, oder? Ich denke, wenn du von der Band bist, dann kannst du wahrscheinlich direkt runterfahren. Aber geht es da runter zum Festival, oder? Genau, probiert das einmal. Dann probieren wir das mal. Danke. Aber wie gesagt, ohne Gewährleistung. Ja, wir probieren es einfach mal. Danke. Bitte. Eine Ewigkeit später. Sag mal, hallo YouTube. Hallo YouTube. Hallo YouTube. So, endlich angekommen. Alles aufgebaut. Merch technisch. Und jetzt schauen wir mal in den Backstage rein. Ich bin jetzt mal in den Backstage. Ich bin jetzt fein. Sag mal, hallo YouTube. Nein, okay. Unser Zeug. Dann geht es nachher hier durch. Jetzt fängt es bestimmt gleich an zu regnen. Schauen wir mal, ob es hier so abgeht. Riesen Traktor, riesen Stromaggregat. Noch mehr Zeug. Bühne. Jetzt leuchtet es hier und jetzt nimmt es auf. Du siehst auch, wenn es hier leuchtet, du kannst nichts sehen, aber sobald es hier leuchtet, nimmt es auf. Aber wenn ich nichts sehen kann, hallo. Hallo. Du weißt ja auch nicht, ob es hier ist, das Film. Doch, das Film. Wie weit ist der Winkel? Ne, ne, der Wunders. Wollt ihr jetzt Matze sehen? Matze wird wahrscheinlich noch drauf sein, so. Andi könnte noch drauf sein, ja. Ich bin ja dann so weit weg. Also wir wohnen jetzt eigentlich alle sehr weit weg. Ich bin ja weit weg. Wie weit zieht ihr das dann? Also Matze zieht das jetzt nicht mehr. Mach mal aus wie der Stopp. Ja. 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 Då. Das. Challeng. Ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. 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 Ja, ja.